So, Vorbereitungsmissionen. Ich brauche nicht ganz alles. Ich brauche lange nicht alles. Also mit guter Auswahl hier von Vorbereitungsmissionen kann ich natürlich viel Zeit sparen. Wir fangen hier mit dem Annäherungsfahrzeug an und da brauche ich die Longfin. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Die Moment, die wir für den Momenten warten haben, Kapitän. Ein von Mr. Rubio's Smuggler-Bots wurde von der Polizei getötet. Das ist unsere Chance, es für uns selbst zu kaufen und es nutzen, um es zu erreichen. Es ist noch auf dem Trailer außerhalb der Polizei. Wenn wir aktivieren, können wir es, bevor es in der Polizei getötet wird. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Wir haben die Ausgabe für Sie. Ich habe die Ausgabe für Sie. Auf dem GPS jetzt. ich habe das consciously. Ich baiere die Ausgabe für Sie. Ich mache die Ausgabe für Sie zur Verfügung. Ich mache Olympics und red apl которые wiren. Also Zugmaschine geholt, damit wir da die Longfain aufladen können, also den Anhänger mit dem Boot drauf. Da kommst du da rein. So, Polizei bin ich auch losgeworden, das ist eigentlich die optimale Voraussetzung. Ist nicht unbedingt nötig, aber optimale Voraussetzung. Ich weiss, wie die Polizei nicht in die Quere kommt. Ich werde die Polizei eh wiederbekommen, sobald ich den Anhänger anhänge. Aber jetzt gehts mal rüber nach Vespucci. Ich weiss, wie die Polizei ist. So, alles gerade aus. Ich weiss, wie die Polizei ist. 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 Und wir müssen nach unten zum Abend. Und dort kann ich dann auch die Polizei loswerden. Hoffe ich zumindest, dass ich das dann kann. Sonst wäre es dumm. So, weiter gehts, weiter gehts, weiter gehts. Ich weiss, wie die Polizei ist. So, der ideale Ort, um die Polizei loszuwerden über dem Wasser. Auf den Zugsgleisen, da kommen sie nicht hin. Und ich kann nicht abliefern, solange ich noch Polizei habe. Ich weiss, wie die Polizei loszuwerden über dem Wasser. Ich habe Kontakt, die kann fixieren und schlagen es, bis wir bereit sind. Ich habe bereitgestellt, für die Skizis. Es ist nicht so, wie diese Leute haben dich vorhin. Es sind die Zeiten, Kapitän. So, Kapitän, du wirst du den finalen Phase dieser Operation allein? Oder du wirst du die Mitglieder? Ja, du wirst du Profit. So, jetzt habe ich das Flugfahrzeug. Jetzt brauche ich die anderen Flugfahrzeuge nicht besorgen. Jetzt kommt das Equipment. Und das allererste Equipment, die Sprengladung, brauche ich auch nicht, weil ich mache da alles mit dem Schneidbrenner auf. Respektive, ich gehe ja über den Abwasserkanal rein. Von daher brauche ich die Sprengladung auch nicht.